Ah, Franz, ne? Kennst du diese ehrenwürdigen Menschen, diese Charity-Leute? Äh, ja. Hallo! Ah, hi. Hallo, ich bin Charity. Kennst du dieses Loot für die Welt? Ja, hab ich schon gehört. So ein YouTube-Ding, oder? Ja, genau. Ich mach es jetzt auch. Ich mach quasi Loot für die mich. Loot für die mich? Wofür steht mich? Naja, mich. Also, M-I-C-H, also ich quasi. Ah. An dem Punkt in den letzten Jahren war es halt einfach so, da gab es dann einfach Universal-Kamera. Ne, machst du mal Jurassic World, machst du mal Baywatch oder so in real life, ne? Was ist hier los? Ich mach hier grad Charity. Lass mal ruhig so in Bewegung sein, weil Charity ist immer in Bewegung. Wir machen die Welt besser. Wir bräuchten den Platz nach Rhein. Macht ihr auch Wohltätigkeit? Äh, ne. Wir machen jetzt die Annehmigung. Ja, aber wir haben Wohltätigkeit. Da haben wir ein bisschen Vorrang, würde ich sagen. Ja. Wir haben aber zehnköpfiges Drehteam. Deswegen bräuchten wir mal 50 Minuten bitte den Platz. Wäre ganz lieb, Jungs. Haben wir grad Kollision mit anderen Drehteamen? Ja, ja. Ich hab ein einköpfiges Wohltätigkeit. Wie machen wir das jetzt? Was habt ihr was tätigt? Oder was? Was müsst ihr machen? Na, so eine Battle-Aktion. Hey, ich verhumere gerade. Könnt ihr mir helfen? Das muss genau hier jetzt grad sein? Im Game-Frame? Nö, das nicht. Das wär super. Achso, dann haben wir's ja geklärt. Also, 50 Mitarbeiter werden genau richtig. Also, folgt nochmal. Ich hab ja gesagt, in den letzten Jahren, da gab's immer dann so'n Deal von Universal, dass man sagt, hier, gibts mal Kohle und so. Und jetzt ist das halt nicht. Ich meine, Toastbrot und Ketchup ist schon das leckerste, was man essen kann. Auf Dauer aber nicht. Außerdem kommt's ja auch den Leuten zugute, wenn vielleicht doch mehr Budget da ist, um die geplante nächste Public-Prank-Compilation anzugehen. All das ist vereint unter dem tollen Aspekt. Loot für die mich. Ihr habt's spätestens jetzt erkannt. Es ist ein clever getarntes Informationsvideo. Ihr seid drauf eingefallen. Ja, Jokes on you. Er lacht auch schon. Und lass mal von den Assis hier weg, ich krieg's kotzen. Guck die Scheiße doch mal an. Guck doch mal an, wie meine Schuhe alleine aussehen, ja? Widerlich. Aber ist das nicht, weil du hier mal skatest jeden Tag oder so? Franz, das muss hier irgendwie grad funktionieren, ja? Jetzt fragt ihr euch natürlich, was gebe ich euch da im Gegenzug? Ja. Ich gebe euch alles. Mein ganzes Leben. Für 48 Stunden. Die Crème de la Crème des Nostarath Universums ist am Start. Du zum Beispiel. Ich bin da. Bist da? Ah ja, okay. Rodes, Kalle, ja. Diverse kleine Späßchen habe ich mir erlaubt. Mit diversen Insolvenzern, die auch vorbeikommen. Ihr müsst es wirklich mal so sehen. Dieser Platz hier, ja? Ganz Weimar ist an diesem Wochenende voll mit dem Weimarer Zwiebelmarkt. Das ist das größte Event in Thüringen. Der größte Jahrmarkt hier. Und ich lass den für euch ausfallen. Muss man halt auch mal. Zwiebelmarkt ist schon geil, oder? Naja, ist jetzt deine persönliche Meinung. Ja, ist schon richtig geil, oder? Ja. Ihr müsst jetzt nicht mehr spenden. Ihr könnt auch so einschalten, aber Jesus hätte es gewollt. Sind wir doch mal ehrlich. So. Was hätte er gewollt? Naja, dass ich Geld habe. Achso, ja. Ja. Guck mal hier alleine, wie hier meine Jacke aussieht. Ne? Ja, aber ist das nicht so, weil du die Jacke einfach magst? Das ist... Franz, guck doch mal. Ich friere gerade. Es gibt Steam Keys durch den letzten Herrn Dragon Force. Richtig geile Aktion. Könnt ihr Spiele gewinnen, quasi kostenlos. Jede volle Stunde gibt's Sachen hier, werden kleine Aufgaben gezogen. Es gibt eine Donatorenwand. Geil. Wenn Leute spenden, kommen die an die Wand ran. Ich glaube. Hammer. Wir werden Hongkong befreien. In diesen 48 Stunden. Dafür werde ich sorgen. Ja. Sehe ich denn aus wie jemand, der nicht zurechnungsfähig ist, oder was? Wählt mich, Leute. Wählt mich. Ich sage mal, unter meiner Flagge wird es keinen Genozid geben. Das ist ja schon Grund genug, einfach mal einzuschalten, oder? Okay. 12 Uhr geht's los. Am Freitag bis Sonntag 12 Uhr. Durchgehend Alli Galli. Ach, mehr Videos, ne? Auf dem Hauptkanal. Kennt ihr vielleicht teilweise gar nicht. NostarafuTV. Geiler Kanal. 23 Minuten Video. Wenn euch das jetzt wieder... Oh, der Nostrabimo. Der Nostrabimo hat mich veralbert. Ich dachte, jetzt kommt eins von seinen lustigen In-Real-Life-Videos. Jetzt hat er hier nur so ein Announcement gemacht für seine Zwecke. Uns ausgenutzt. Lalalala. Ja, dann geht er auf den Hauptkanal und schaut euch 23 Minuten pursten Prank-Content ein. Oh, das ist so quinchy. Oh, richtig geil. Der absolute Wahnsinn. Wählt mich. Ich bin gegen Aids. Unterstützt Nostrabimo. Denn, äh, ich bin für Frieden auf der Welt. Und dass Leute nicht hungern müssen. Geil, ja. Besonders ich. Guck mal, dass du so ein bisschen Sack-Kontur mit drauf hast. Wie soll das denn gehen, wenn da keine Sack-Kontur ist? Naja, mach doch mal irgendwas. Ja, ich zoom da jetzt einfach. Ein bisschen Sack. Ganz kleines bisschen Sack. Ja, genau. Ja. 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 Ja.